moin moin mein lieben freund herzlich willkommen zurück zum rennen von den usa mit dabei der virus hallo ich jetzt grüße euch ja schön dass sie auch wieder eingeschaltet habt dann wollen wir doch mal direkt gucken ja ich sehe schon wie ich hasse start 14 und ein boxen stop jawohl und knapp 23 minuten fahrzeug dort bin ja mal gespannt gehen wir mal zurück und dann gehen wir auf starten und der schalte die sonne ist da auch mal in ein kugel krieger wieder plack das war jetzt nicht so gut ich bin bremst nicht mal runter damit wir uns noch nicht ja jetzt die kurve extra weiter genommen jetzt ja wollte eigentlich erst mal vorbei haben sagt komm nee lass es lieber ja meine reifen sind nicht mehr die besten ich merke das jetzt schon was ist das denn hat er immer auf oh nein ja rüber und haben mich noch dann ich dafür wenn die karre nur noch ausbrechen will hier gerade wie gesagt er meine reifen noch elf prozent und was soll das schleudertraum erfolge ja mal gar nicht klar manche die sonne niedrig ja aber ich glaube da siehst du die strecke nicht mehr nach der arschkarte egal wie das war ja hauptsache schön alle hinter uns und der rest ist wurscht jaja da war ich zu langsam wieder an der kurve aber besser da als wenn ich mich drehe ja auf jeden fall kann man nur 141 und diese kurve ist irgendwie ein bisschen schrecklich finde ich ja richtig nicht ganz hin doch obwohl es sei jetzt ging es gerade wie ganz das augenmerk ist auf ferrari gerichtet weil sie ja die fahre in die zweite runde rei aber ein doppelsieg müsste mal wieder sein die grafik sieht ja mal richtig geil aus da hat sich gut war es das ganz schön was geiles hingepflastern immer gespannt auf 2018 was war da schönes zu sehen kriegen ja ob es da wieder noch alles noch besser wird da gucken oh man ich sollte auch bei die strecken zuckerweichen reifen hat er gesagt ja bei diesen schnellen s kurven muss man echt aufpassen dass man sich da keine verwarnung rein zieht oder so ich habe gerade zwei verwarnungen schon gehabt das war vor der zielgeraden und denke wenn ich jetzt so was abkürze kriege ich bestimmt diese drei sekunden wieder aufgezimmert ja auf jeden fall so weit ist es schon gekommen ich sagte ja vor einem training dass man dazu neigt viel abzukürzen da muss man echt aufpassen naja besser ist das und an diese stelle gehen auch mal grüß rana pols hinkio so manche vorliegen mein video er soll über sein stelle nachgemacht er hat sich so eingebürgert der spruch der hat aber ja jetzt schon botzen stoppt ist zu früh geht so die hat er schon gesprochen zu mir noch nicht naja sind unser box und stopp wenn sie das auch ja gut das ja klar wahrscheinlich kommt doch wahrscheinlich wie abgefahren seine reifen sind und so ich glaube ich was wollte ich jetzt sagen ja keine ahnung oh nein macht kein flachs das war es mit dem zweiten platz oder nein 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 ist das wieder es ist ein weil die scheiß reibt sich voll den ganzen dreck machen ja habe ich noch ja drehe mich noch sehr schön ja da wäre es hat noch kon hat mit mir dieser drecksack diese blöde sauer ich muss das langsam anfangen dann bist du jetzt wahrscheinlich eine box gehen ich habe ein warte mal wir sind der spoiler nur vorne rechts rot ich fahre die rei wenn die reinfahren dann habe ich noch eine chance die zu überholen wieder ist dass diese eine scheiß kurve da habe ich dann auch auf pin gegeben ja die rechtskurve sind doch scheiße ich sollte vielleicht doch ein fahrer einfach mal schnauze halten er buchs 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 glaube vorher ist die so ne bietbox im ohr voll verkackt boxen stop brems doch boxen stop jetzt hat das kapitel gut los hier habe ich vorhin zu ziehen aufs gas und dann habe ich mich gedreht ja jetzt habe ich diese kurve wo ich langsam fahren muss hier diese ausgedehnte kurve weißt du wenn ich froh wenn ich gleich neue reifen habe auch guter grosjean fährt vor mir rein aber die fahren alle mit high speed hier rein naja die bremsen erst kurz vorher kommt schon kommt schon werde fertig da box stop hat viel zu lange dauert alle anderen sind schon viel schneller fertig ja gut ich hatte auch mein flügel der linke fliegel ah ne das war der richtige fliegel ja da dauert das immer ewig okay bleib hinter der weißen linie an der auswahl wir kriegen eine strafe für gefährliches fahren falls du auf die strecke fährst was war das gerade mir wurde gerade was angezeigt ich habe gerade nicht ich habe unten auf die karte geguckt oh je ja meine reifen sind hinüber überall 40% boxen stop go 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 ja das ist auch mal ein letzter wie soll ich denn an die scheiße rankommen noch viele von denen müssen aber auch noch rein ja komm doch rum was ist denn einfach nur bremsen nicht schon wieder diese kurve ist ja platzendamäßig ey okay 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 ach alonso man 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 Der Typ geht mir echt auf den... Ja, und schon wieder. Mein Gott, nochmal. Nein. Ich suche mir eine andere Fanbase bald. Das geht doch nicht mal mehr. Boxen, stopp. Ja, ich ruhe. Na, der Hand. Jeff, sei leise, Mann. Mein Gott, nochmal. Nein, nicht so. Entschuldigung. Der schwarzt und schwarzt, ich stelle ich wieder aus, der geht wieder auf. Der nervt mich. Der redet zu viel. Na, du nörst ihm wahrscheinlich auch so viel, wie du mal kaputt machst. Ja. Ja. Deine Rundenzeiten fallen zurück, komm zur Reparatur, die Box, Box, Box. Den stelle ich wieder aus, den nervt. Jetzt hat er mich schon wieder zugequatscht. Äh. Ja, ja, schieb dir deine Firma, deine drei Sekunden, sonst wohl, die sind mir jetzt auch, weißegal. Okay, hier ist Chef, du musst mit dem Schneiden, der Kurven aufhört, sonst verpasst ihr die Rennleitung eine Strafe. Hä, die Strafe habe ich ja schon gekriegt, Chef. Ja, eine Zeitstrafe, die mit der gesamten Rennzeit am Ende berechnet wird. Ja, ich weiß. Soll das machen. Von mir ist ein Egelaufen. Oh, Gott. Topel 1. In 10 Minuten ist Regen angesagt, alles klar. Ja, da hinkommt der Camillo, der beruflich ist gleich auch noch. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Zielschirm. Ach, vier Sekunden Boxen stopp, muss ich auch noch machen. Ja, da mach ich die gleich auch noch und dann habe ich den Scheiß weg. Nee. Ach, mich juckt das jetzt auch nicht mehr. Ich feier's ganz locker und dann fahrrad. Ja, verwehe, mit Atze ist es jetzt auch vorbei. Das ist eh nur ein Autorennspiel. und dann fahrrad. Ja, da mach ich jetzt auch. die fünf sekunden stoppen coatings reingehe wird er kann mich überholen da bin ich ja sozusagen wieder zweiter interessiert mich aufs regnet aber das juckt mich auch nicht mehr jetzt auch weg vom letzten rennen durfte ich das ja nicht da wurde ich herausgeschmissen so kommt jetzt wieder ein halbes jahr da sind wir dabei das ist du sollst durchfahren ach so sagt alles das heißt stoppen und bei der war wechsel jetzt die reifen die automatisch hier sind die weit weg da komme ich ja nie wieder dran nie wieder schon wieder weiße linie ok aus da war ich nächste box an wieder rein kein problem es war nicht nur so wenige bei mir das formel 1 guckt ich bin gerade schlecht jawohl man kennt ihn Nicht sein Ding. Nicht sein Ding. Ich bin heute so oft in der Box. Das ist gar nicht. Wie geil. Oh komm. Ich stelle das jetzt gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Bezählte. Ich habe noch vier Runden. Dann habe ich gerade auch irgendwie in Stil geschafft. Oder auch nicht. Na 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 na. Ich brauche das Schnauze nicht mehr wechseln. Losfahren. Losfahren. Ja nervt mich nicht. Ob ich jetzt losfahre und aufstehen bleibe interessiert dann auch kein mehr. Da. 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 Und eure scheiß verfickt weiße linie hier. Ne? Ja so viel platz doch. Da. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Na ja. Das Rennen ist in drei Runden eh zu Ende. Interessiert mich dann auch nicht mehr, ob das Benzin bis dahin noch reicht oder nicht. Ja, aber so lange musst du ihn nicht mehr fahren. Nö, zum Glück nicht. Und die Quälerei hat ein Ende. Ui. Es sind jetzt noch anderthalb Runden, da wird eh angezählt. Oh, Verstappen bis vierter. Guck an. Na, na, na rein lassen. So für Boxestops kommt es jetzt nicht mehr drauf an, ob ich jetzt noch einen hinterher knalle. Muss ja dann auch nicht sein. Ja. Muss ja dann auch nicht sein. Eine Runde noch und dann ist vorbei. Wir erwarten in etwa 10 bis 15 Minuten Regen. Blaue Flagge, blaue Flagge. Ja, Jeffers Ego. Ja. Ja. Na, 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 na die dd haben wir es doch gerade geschafft feuerabend wir uns wird sogar nicht letzter weil ricardo noch rausgefallen ist aber trotzdem letzter ja so gesehen du bist erster von vorne und die erste von hinten was will ich denn mehr alles gut alles gut die beiden mecklaren auch über die linie deutschland aber ich bin in die ziege kommen mich interessiert das noch gar nicht willkommen bei der siegererung der besten drei des heutigen tages was haben sie heute in diesen äußerst schwierigen rennen bloß für einen aufwand betreiben man kommt da hat man schneller plus drei plus 13 sekunden ja genau kannst mich doch mal im verlängerten von den buchten auf 18 43 so wie sieht es aus dann wollen wir doch mal gerade reingucken hier man musste eben auf die siegererung warten bei den mercedes peres o5 sogar auch guck an rojan dahinter massa auch diesen gut gewollt gewesen diesmal ja meine lieben freunde ich würde sagen das war es vom großen preis der usa wir sehen uns beim nächsten mal wieder haut rein macht's gut tschau ja tschau 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 tschau